Ich komme! Ickiline! Macht sie keine Sorgen! Ich bin gleich da! Oh, hier lang? Ja! Ickiline! So, ich hätte ganz gerne ein Cherry-Ice-Cream. Dankeschön! Du siehst ein bisschen aus wie Ickiline. Ciao, danke! Oh, Leute, hi! Ickiline ist natürlich viel hübscher als sie, aber pssch, das darf man natürlich nicht laut sagen. Aber hey, da bist du ja wieder! Freut mich wirklich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Vergiss auf jeden Fall nicht jetzt schon mal den Kanal hier zu abonnieren und richtig auf die Glocke zu drücken, damit du ein Teil der Ickiline-Army wirst! Der coolsten Army auf ganz YouTube! Und Leute, wisst ihr, was mich super duper freuen würde? Wenn ihr dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntet, also einen Like da lasst, damit wir den fiesen Game Master zusammen besiegen können. Der hat nämlich die arme Ickiline entführt. Ich war aus Versehen unachtsam. Ich hab gar nicht aufgepasst. Und dann hat er sie einfach mitgenommen. Mann, dieser Fiesling! Naja, egal, ich esse jetzt erst mal ein Eis. Und ich weiß gar nicht, wo wir suchen sollen. Ickiline könnte jetzt überall sein. Hm. Am besten, Leute, wir rufen den Game Master mal an, weil ich hab ja hier seine neue Handynummer. Das steht da. 0, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Game Master. Sollen wir da mal anrufen, Leute? Aber wir müssen den irgendwie reinlegen. Der wird uns doch niemals verraten, wo Ickiline ist. Hm. Was können wir tun? Äh, ich hab eine Idee. Passt auf. Wir rufen da jetzt erst mal an. So, zack. Zack. 0, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, super. Es klingelt jetzt. Okay, pssst, Leute, wir müssen ruhig sein, falls der Game Master jetzt dran geht. Hallo, wer spricht da? Game Master? Hallo? Wer ist da? Ich bin's, Icky. Verrate mir, wo Ickiline ist. Na los, raus mit der Sprache. Los, sag es. Niemals. Haha, ich werde sie jetzt heiraten. Ich habe sie in einem sehr guten Ort versteckt. Hahaha. Na los. Er hat aufgelegt. Oh, dieser Fiesling. Habt ihr gehört, Leute? Der hat sie in einem guten Ort versteckt. Aber er meinte, dass er sich heiraten will. Das bedeutet, er ist in der Hochzeitskapelle. Sie ist da drüben. Auf zur Hochzeitskapelle. Juhu. So, da vorne müsste die Hochzeitskapelle sein. So, und ich glaube, da findet die Hochzeit statt. Ich werde die Hochzeit stürmen. Er wird sie ganz bestimmt nicht heiraten. Die gehört mir. Haha, sie ist meine Freundin. Und Loki und Baby Game Master sind auch meine Freunde. Ich werde alle befreien. Der fiese Game Master, der denkt, der kann alles machen. So. Hey, hallo Bauarbeiter. Ist der Game Master zufällig hier? Was? Der ist da oben? Okay, vielen, vielen Dank. Ich gehe da jetzt hin. Oh, da sind Omega-Agenten. Die warten nur auf mich. Haha, ich bin Icky. Und ihr hört auf, Icky-Line hier gefangen zu halten. Ja, ich werde sie befreien. So, zack, 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 zack. Oh, Hilfe, Leute. Oh, die sind super stark. Und? Oh, ich muss hier abhauen. Oh, in die Bibliothek. Schnell. Und da, Autsch. Puh. Leute, habt ihr gesehen? Diese Omega-Agenten sind total stark. Ähm, wie komme ich denn jetzt am besten da hoch? Oh, hier geht es ja gar nicht hoch. Habe ich total vergessen. Na gut, dann muss ich jetzt hier lang. Und ich verdresche dich. So, zack, 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 zack. Und so. Gleich habe ich. Super. Wir haben gewonnen. Oh, hinter mir. Au. Und da. Und du Fiesling. Und zack, 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 zack. Und so. Puh. Super, Leute. Wir haben die ganzen Omega-Agenten besiegt. Und jetzt müssen wir hier noch hier hoch. So. Und drüber. Super. Und? Da, da, da ist der Game Master. Leute, seht ihr ihn? Wir müssen da jetzt schnell rein. Okay. Also, wir gehen da jetzt rein und hören erst mal zu, was der Fiesling da drinnen zu sagen hat. So. Und so. So. Okay. Psst, Leute. Wir müssen jetzt dem Game Master zuhören. Okay. Ich möchte, dass das die Torte wird für die Hochzeit. Ha, ha, ha. Game Master! Du hörst jetzt sofort auf. Hier, Ekeline gefangen zu halten. Rück sie raus. Was sind das da für Kuchen? Die sind für meine Hochzeit. Ha, ha. Ha, Ekeline ist an einem sicheren Versteck versteckt. Und dort müssen sie niemals finden. Na, los. Sag mir jetzt, wo sie ist, du Fiesling. Los. Ha, ha. Siehst du das Loch da vorne? Die werden jetzt hier mit einem Flugzeug abhauen. Das Versteck findest du niemals. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Wo seid ihr? Ha, ha. Die sind durch dieses Loch da abgehauen. Mit einem Hubschrauber. Das kann doch nicht wahr sein. Also, er hat gesagt, er hat, äh, nicht Baby Game Master, sondern Ekeline. Er hat Ekeline irgendwo versteckt. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, ich weiß wo. Äh, wir müssen hier lang. So, von der Kapelle hier runter. Und wir schauen mal in dem Haus vom Game Master. Da müssen die sein. So, wir beeilen uns. Oh nein, der soll Ekeline nicht heiraten. Und Baby Game Master und Luki sind immer noch gefangen. Wo stecken die alle? Das kann doch nicht wahr sein. Äh, hier lang. So. Zack. So, wir müssen jetzt da lang laufen. Da vorne ist schon das Haus vom Game Master. Oh gut, oh gut, Leute. Nicht, dass Ekeline in Gefahr ist. Oder Baby Game Master. Oder Luki. Meine, alle meine Freunde sind gefangen. Oh Mann, dieser fiese Game Master. Der hat wirklich alle meine Freunde gefangen genommen. Ey, Mano. Wir müssen jetzt hier schauen. Äh, sieht so aus, als wenn er hier nicht wäre. Hier ist ja niemand mehr. Hä? Normalerweise waren hier doch immer Wachen. Aber jetzt ist da gar keiner mehr. Hm. Baby Game Master? Ekeline? Seid ihr hier? Oh. Nomega-Agent. Na los. Raus mit der Sprache. Wo sind Ekeline, Luki und Baby Game Master? Du willst es mir nicht verraten? Dann werde ich wohl nachschauen. So. Du brührst dich hier nicht von der Stelle. Und zack. Huch. Was ist denn hier los? Hier ist ja niemand mehr. Äh. Äh. Da komme ich wohl nicht durch. Was ist das denn für eine schwarze? Hm, komisch. Hallo? Uh. Ein Diamantschwert. Das nehme ich natürlich mit. Super. Jetzt habe ich zwei. Haha. Jetzt habe ich zwei Diamantschwerter. Und da mache ich mal mein Eis rein. Zack. So. Also. Hier war immer eine Wache. Aber hier ist keiner mehr. Luki? Ikeline? Seid ihr hier? Okay. Ich habe eine Idee. Und zack. So. Du bleibst schön hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hat es auch noch angefangen zu regnen. Oh. Ikeline. Ich werde dich befreien. So. Wir müssen jetzt hier nachschauen. Irgendwo. Ja. Hier. Hier ist das Loch. So. Und. Oh Gott. Oh Gott. War das hier? Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Hier vielleicht. Ja. Ich habe das Loch gefunden. Oh Gott. Oh Gott. Leute. Wir können Ikeline befreien. Ich komme. Ikeline. Macht ihr keine Sorgen. Ich bin gleich da. Oh. Hier lang. So. Und. Oh. Ja. Ikeline. Hä? Hier ist ja niemand. Wer. Wer ist das denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wird ihr das donnern? Das ist ja total verrückt. Hey. Wer bist du? Wow. Hey. Wer bist du? Wow. Wow. Was geht denn hier ab? Wir müssen hier schnell weg. Die Leiche liegt da sogar noch. Schnell weg hier. Nein. Wo ist Ikeline? Oh Gott. Oh Gott. Der Game Master hat mir eine Falle gestellt. Ähm. Wir müssen jetzt dringend nachdenken. Wir gehen doch mal schnell zum Omega Agenten. Der kann uns bestimmt weiterhelfen. So. Und so. Zumachen hier erstmal. So. Super. Und. Zack. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es Don hat's. Oh. Ikeline. Wo steckst du? Game Master. Wo hast du sie hingebracht? Oh. Dieser Fiesling. Äh. So. Zack. Ich geh jetzt hier rein und gucke, ob Ikeline da drin ist. Ikeline. Moment mal. Ist das Ike? Ne. Das ist die Ikeline. Ein. Eine Burg? Eine Sandburg? Und das? In der Wüste? Ist da etwa Ikeline? Habt ihr ne Idee? Sollen wir da mal nach ihr suchen? Und hey. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Drückt rechts nicht mehr auf die Glocke, Leute. Ähm. Kein Video mehr zu verpassen. Und Leute. Es würde mich super freuen, wenn ihr alle anderen Videos von mir schaut und jedem Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und bis zum nächsten Video. Tschüssi. 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 Tschüssi.